U.P. Podcast. Nachgefragt. Vom Großen ins Kleine. In dieser Reihe geht's darum, wie ihr die Themen des Berufsalltags konkret umsetzt. Mit was beschäftigt ihr euch? Ob Barrierefreiheit in der Praxis, Ergotherapie an Schulen oder Post-Covid in der Nachsorge. Wir bringen Therapie ins Ohr. Schön, dass du dabei bist. Wenn du barrierefreie Praxis hörst, denkst du dann an Zugänge und Wegeleitungen für die Patientinnen und Patienten oder auch an das, was eine barrierefreie Praxis für das Team bedeuten kann? Gerade in Zeiten von Personalnot und Fachkräftemangel lohnt es sich, da mal Gedanken rein zu investieren. Sonja Bohlen zum Beispiel hat vor allem die Software in ihrer Praxis umgestaltet, damit die Physiotherapeutin Christine Dickmann bei ihr eigenständig arbeiten kann. Wenn du jetzt neugierig bist, bleib dran, denn dann erfährst du mehr. Hallo, ich bin Ralf Buchnath. Ich freue mich, dass ihr zuhört heute. Ich spreche heute mit Christine Dickmann, die Physiotherapeutin ist und ein Handicapter hat. Wir sprechen gleich darüber, welches. Und mit ihrer Chefin, der Physiotherapeutin und Osteopathin Sonja Bohlen. Hallo Christine, hallo Sonja. Hallo Ralf. Ich glaube, es wäre am einfachsten, ihr würdet euch einfach kurz selbst vorstellen. Wir fangen mal mit der Chefin an. Natürlich mache ich das mal hierarchisch und sage, Sonja, kannst du ganz kurz beschreiben, was du machst, wer du bist, wo du wohnst? Ja, ich bin Sonja Bohlen. Ich habe jetzt seit fast zehn Jahren eine Physiotherapiepraxis im Emsland, im schönen Dörpen. Und ja, bin stetig am Wachsen. Und unsere Christine ist seit dem 01.05.2022 hier als Verstärkung in unserem Team dabei. Und Christine, du bist die Verstärkung des Teams und erzähl mal, wie du zur Physiotherapie gekommen bist. Da fangen wir doch direkt mal an mit meinem Handicap. Und zwar bin ich von Geburt an blind und habe dementsprechend selber von klein auf über Jahre hinweg Bobert-Therapie bekommen. Und so kam das auch mit meinem Berufswunsch, weil meine Therapeutin mir dann irgendwann mal erzählte, dass sie auch ganz auf die Augen zu macht, um sich einfach mehr auf das Gespür zu konzentrieren. Und ja, so habe ich dann mit, ich glaube, zehn oder elf irgendwie schon entschieden, dass ich das machen möchte. Das finde ich ein ambitioniertes Ziel. Ich kenne das, dass wir früher oft sehbehinderte Masseure hatten. Das ist, glaube ich, Standard. Aber dass man Physiotherapieausbildung absolvieren kann, ohne lesen zu können, das stelle ich mir schwierig vor. Nun habe ich keine Ahnung, wie das ist, blind zu sein, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor. Wie war denn das so? Also wie macht man die Ganganalyse, wenn man... Das ist witzig, weil das ist immer die erste Frage mit der Ganganalyse tatsächlich. Also nicht lesen können ist ja in dem Sinne, was heißt falsch, in Anführungsstrichen. Aber ich kann natürlich keine Schwarze Schrift lesen, aber Blindenschrift, also die Breilschrift. Und da gibt es ja die Möglichkeit, das auf Papier zu lesen. Oder jetzt sind wir in der modernen Welt. Also ich arbeite seit der dritten Klasse am Laptop. Also in der dritten Klasse hat das langsam angefangen. Und ich sage mal so, ab dem zweiten Halbjahr der fünften Klasse war das dann ausschließlich alles digital. Das heißt, der Laptop hat eine Software, die mit mir spricht. Also der nette Screenreader liest mir alles vor, was ich da so navigiere, was ich antippe. Und auch das, was ich schreibe, kann ich mir dann nochmal vorlesen lassen. Und es ist eine Zeile am PC oder am Laptop angeschlossen, wo dann die Punkte hochploppen, wo man dann die Punktschrift selber auch nochmal mit den Fingern lesen kann. Und so kann man natürlich dann die Schullaufbahn und auch die Ausbildung dann absolvieren, indem man dann natürlich alles digitalisiert im Word-Format am besten bekommt. Und natürlich dann am besten ohne Bilder, weil die können nicht beschrieben oder ausgelesen werden. Und das stört dann nur in dem Dokument. Also sowas wird dann einfach rausgenommen. Und dann kann man das Skript halt genauso lesen wie alle anderen auch. Und ja auch seine Notizen machen und genau. Und wie lernt man Anatomie, ohne dass man Bilder sehen kann? Tatsächlich viel an Modellen, also ganz viel am Skelett oder auch an sich selbst. Genau, also da wird ganz viel mit Modellen gearbeitet. Und es geht halt eben alles über die Hände. Und so ist es dann eben auch bei der Ganganalyse, wobei man da natürlich auch viel mit dem Gehör arbeiten kann. Ich selber habe meine Ausbildung ja tatsächlich in Mainz gemacht, am Berufsförderungswerk. Und die haben sich ja auch auf Blinde und Sehbehinderte spezialisiert. Und die haben dann schon eben ihre Tipps und Tricks in den Jahren entwickelt, wie man das am besten machen kann mit wenig oder gar keiner Sehkraft. Und dann geht man halt unterschiedliche Stufen ab. Dann fasst man mal am Becken an, geht hinterher. Dann fasst man am Knie an, geht nebenher. Dann macht man mal nur so einen einzelnen Schritt und fasst dabei am Sprunggelenk an. Oder lässt den Patienten drei, vier Mal den Gang hoch und runter laufen und hört nur zu. Und so kann man das dann machen. Also ich hatte einen blinden Dozenten, der ist tatsächlich voll blind. Also der hat keinen Sehrest und der ist auch Osteopath. Und der macht das tatsächlich hauptsächlich übers Gehör. Also der hat Sachen gehört, da dachte ich mir, wo hast du das denn jetzt hergenommen? Aber gut, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die er hatte, die ich nicht habe oder nicht hatte. Und das war schon Wahnsinn. Okay, kann ich mir so gut im Moment her vorstellen. Und das führt dann, dann hast du also deine Ausbildung abgeschlossen. Und ist das eine andere Ausbildung, als Sonja sie abgeschlossen hat oder ist das die gleiche Prüfung? Das ist genau die gleiche Ausbildung. Das lief auch mit Sehenden zusammen. Also da haben Sehende und Nichtsehende zusammengelernt und auch viel voneinander profitiert. Dass die dann abgeguckt haben, okay, wie tastet ihr denn? Wie kann ich denn am besten palpieren, lernen quasi? Weil das ist ja für Sehende erstmal was, was man ja von Haus aus nicht macht. Und als blinder Mensch macht man das ein Leben lang. Und da haben die von uns profitiert. Und bei der Ganganalyse, wenn die dann gesagt haben, okay, ich sehe jetzt gerade noch das und das, dann haben wir uns hingesetzt und gedacht, okay, wie finde ich das jetzt raus? Wie kann ich das, was du da in der Ganganalyse siehst, jetzt selber spüren, hören, wie auch immer, dass man da voneinander eben ganz viel gelernt hat. Das war schon sehr, sehr schön. Oh, cool. Das heißt, du hast deine Prüfung bestanden und dann hast du einen Job gesucht. War das schwierig? Nee, war tatsächlich nicht schwierig. Ich habe vorher auch schon, also für mich war immer klar, ich gehe wieder ins Emsland. Und er hatte dann vorher immer schon von einigen Praxen auch gehört, auch hier, die kann sich auch gerne bei uns bewerben und wir suchen auch noch. Und hier und da, da waren die Leute tatsächlich alle sehr offen. Und ich bin dann erst mal nach Haaren gegangen, weil die Chefin, die kenne ich auch schon ganz lange, weil eine gute Freundin von mir auch ein angeborenes Handicap hat und von Geburt an bei ihren Behandlungen ist. Und ich sie dadurch auch schon mal als Kind kennengelernt hatte und während meiner Ausbildung dann auch mal mitgegangen bin, weil ich gesagt habe, hier, ich bin neugierig, wie wirst denn du jetzt eigentlich noch behandelt? Und da hat sie dann auch schon gesagt, wie wär's, willst du nicht hier hin? Und da sie auch Osteopathin ist und ich so ein bisschen in diesen Kranio-Bereich mit rein wollte, habe ich dann gesagt, okay, hier kann ich, glaube ich, unfassbar viel lernen. Und habe dann gesagt, das machen wir so. Und dann hatte sich die Jobsuche schon erledigt quasi. Im ersten Stil. Dann bist du zu Sonja gewechselt irgendwann? Genau, dann bin ich nach guten zwei Jahren dann zu Sonja gewechselt aus diversen Gründen. Also Dörpen und Harren liegen ja ungefähr 25 Kilometer, glaube ich, auseinander. Und hier im Emsland haben wir es nicht so mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, ich musste immer gefahren werden, was eine sehr, sehr große Abhängigkeit bedeutet hat und irgendwie für mich nachher auch sehr belastend war, weil ich eigentlich jemand bin, der immer doch versucht, unabhängig zu sein. Und dann hatte ich da leider noch das Pech in Anführungsstrichen, dass das Praxisprogramm leider für mich nicht nutzbar war. Und ich meine Pläne nicht selber lesen konnte und da auf die Rezeption angewiesen war. Und die haben da auch noch in der Karteikarte dokumentiert, also nicht digital, sondern alles auf Papier gemacht. Und somit habe ich immer sehr eng mit der Rezeption zusammengearbeitet. Das hat alles super funktioniert. Das war auch, also ich hatte dann eine sehr schöne Zeit. Aber auf Dauer habe ich gesagt, ich möchte irgendwie dann doch nicht mehr diese Pfarrerei vor allem haben. Das stand echt im Vordergrund, dass ich das nicht mehr wollte. Ich wollte selber zur Arbeit gehen können und da irgendwie nicht mehr so andere mit belasten. mit meinem Hin- und Herkommen. Und genau, dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht es. Weil dann stand auch an, dass ich meinen Blindenführhund bekomme. Und dann wollte ich das gerne alles vor Ort haben. Jetzt wechseln wir mal zu Sonjas Perspektive. Sonja, du hast gehört, da gibt es jemanden, die ist Physiotherapeutin, die ist Osteopathie und Kranio interessiert und will da weitermachen. Und die sucht einen Job, will über ihr arbeiten. Hast du deine Praxis dann mit anderen Augen gesehen, als du das erste Mal gedacht hast, wie kommt man hier als Blinde zurecht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das genauso, wie du das eingangs auch gesagt hast, ich habe die Bewerbung gesehen und freue mich natürlich aufgrund des Fachkräftemangels generell immer erst mal über eine Bewerbung. So, und ja, dann habe ich das gelesen oder dann habe ich die Info gehabt, erblindet. Und dann habe ich genau das, was klischee-mäßig ist, gedacht. Und das habe ich Christine auch direkt beim Vorstellungsgespräch gesagt. Masseurin, Lymphdrainage, klar, kein Problem, kennt man, ist bekannt. Überall, wo man sonst so war, gab es die klassischen Masseure, die dann zusätzlich die Lymphdrainage gemacht haben, die auch dann ein Handicap hatten. Aber die Physiotherapie mit der Ganganalyse, mit dem auf dem Petsi-Ball arbeitenden Patienten, mit dem Wackelbrett und so weiter, das waren natürlich auch meine Fragen. Ich weiß noch genau, als Christine zum Vorstellungsgespräch kam, da hat sie sich dann ja bei mir eingehakt, Christine, du weißt das noch, dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich bin so jungfräulich, was das betrifft. Es tut mir leid, ich bin total aufgeregt. Und sie sagt, ich auch. Also wir sind dann zusammen in dem Raum. Und von uns beiden war ganz klar, okay, wir müssen da ganz offen und klar kommunizieren. Und habe auch gesagt, ich bin dann so ein Typ, der tendenziell auch gerne in Fettnäppchen tritt. Also bitte nimm es nicht persönlich, wenn ich da irgendwas Indiskretes frage. Aber wir müssen uns ja irgendwie klar sein, wie das hier läuft. Und ich muss erst mal verstehen, genauso wie du das sagst, Ralf, ich habe echt versucht, meine Praxis mit anderen Augen zu sehen. Und wie geht das? Also ich habe die nächsten Patienten, die ich behandelt habe, gedacht, boah, das wäre irgendwie für mich nicht möglich und das nicht und dies nicht. Und mein Gott, wie macht man das? Also genau das, was Christine vorhin schon versucht hat, so anzuschneiden, hat sie mir dann auch erklärt. Und dachte, okay, die hat einen Bombenabschluss, das muss ja super laufen. Wie das läuft, weiß ich noch nicht, aber wir werden es kennenlernen. Ja, genau. Das war die inhaltliche Perspektive. Das heißt, du hast sehr schnell gemerkt, okay, inhaltlich ist das überhaupt kein Thema. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass deine Praxis bisher nicht auf Behinderung, also deine Praxis ist wahrscheinlich nicht barrierefrei gewesen. Dein Alltag, dein Praxisalltag war wahrscheinlich bislang noch nicht so optimal barrierefrei, oder? Also in Bezug auf Christins Behinderung würde ich sagen, ja, nein. Nein, also hier und da war vielleicht mal so ein Stühlchen zu weit in den Flur gerutscht, sodass da die Gefahr war, dass Christine darüber stolpern könnte. Aber so von den Therapieräumen her, Christine, korrigiere mich, aber da war jetzt nicht viel, wo wir gesagt haben, das müssen wir komplett umdeichsen. Manchmal war vielleicht was zu voll gerummelt, was wir gut aussortiert haben dann, aber tendenziell war das bezüglich der Räume schon barrierefrei. Barrierefreiheit ist ja ein riesengroßer Begriff. Das ist ja, also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Handicaps und damit eben sehr unterschiedliche Barrieren, die auch sehr individuell sein können. Also grundsätzlich kann ich jetzt natürlich sagen, bei blinden Menschen ist natürlich jetzt nicht eine Stufe ein Problem, was viele immer auch lustigerweise denken. Also das ist auch immer so, wo viele denken, ach du Scheiße, wie kommt die denn jetzt heile hoch und runter? Das ist ja gar nicht so ein Problem. Man muss halt nur das Gebäude bildlich im Kopf haben, sich die Räumlichkeiten merken, wie ist der Raum aufgebaut, wie ist die Reihenfolge der Räume, wie ist der Flur, wie komme ich hier und da. Also man muss einfach die Orientierung haben. Und dann ist natürlich, wie Sonja schon sagte, wichtig, dass Sachen immer an Ort und Stelle stehen und dass sich nicht einer denkt, doch heute stelle ich die Behandlungsbank aber mal woanders hin. Und so, weil dann bin ich die, die da vorläuft. Also das ist halt, genau, sowas. Das heißt, du sorgst für mehr Struktur in der Praxis. Deine Anwesenheit sorgt dafür, dass alle ihre Sachen ordentlicher wieder wegräumen. Hey, hat Sonja ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das hat sie vorher nicht in den Griff gekriegt. Genau. Was habt ihr gemacht? Habt ihr konkret irgendwas an der Praxis gemacht? Also habt ihr jetzt irgendwie eine Breilschrift bei der Klingel dazu gemacht? Oder gab es irgendwelche baulichen Veränderungen? Gab es technische Veränderungen? Also baulich haben wir tatsächlich nichts verändert. Wir sind aber des Öfteren, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass Christine vor Arbeitsbeginn auch ein paar Mal vorbeikam. Und nochmal die Räume, als alle Räume frei waren, dass wir dann nochmal in Ruhe einzeln durchgegangen sind. Und gesagt haben, na, also diese Reihenfolge. Wenn du durch die Eingangstür gehst, dann ist als erstes die Rezeption da. Der nächste Raum ist der und der und dann der und der und so weiter. Das haben wir des Öfteren gemacht, einfach um diese bildliche Vorstellung zu schulen, damit sie da gut vorbereitet ist. Dann hat sie ihren festen Behandlungsraum bekommen. Der Fakt ist, das heißt, wenn Patienten mit FANGO kommen, mit anschließender Behandlung, dann ist das halt so, dass diese Patienten nicht in dem Raum bleiben. Das ist halt eine Änderung für unsere Patienten gewesen. Die kommen dann einfach erstmal in einen anderen Raum für die FANGO und werden dann umziehen in den Behandlungsraum. Technisch musste schon was passieren. Also ich war ja ganz froh, dass wir nicht mehr in der Karteikarte dokumentieren und dass wir das alles vollständig digitalisiert haben. Wo ich dann auch gesagt habe, das ist schon mal ein sehr großer Schritt, dass da nicht die große Barriere ist. Denn wenn man sich vorstellt, man arbeitet in der KG in einer 20-Minuten-Taktung und man müsste in dieser 20-Minuten-Taktung jedes Mal nach vorne gehen zur Rezeption und fragen, was hat denn dieser Patient und kannst du bitte das aufschreiben, was ich gemacht habe, händisch in der Karteikarte. Oder ich habe eine Urlaubsvertretung. Ja, ich weiß nicht, was die Kollegen da händisch irgendwo reingekritzelt haben. Ist nicht lesbar. Aber das ist halt was, wo ich gesagt habe, boah, super, da bin ich ja schon mal einen Schritt weiter. Da kann ich ja als Arbeitgeber mit punkten. Christine, du kannst zu uns kommen, wir haben alles technisch. Es musste schon noch was passieren. Klar. Das ist auch passiert. Das musste noch umgeschrieben werden, das Programm, oder angepasst werden. Aber somit hat Christine da auch einen sehr, sehr großen Schritt in die Selbstständigkeit noch weiter erlangt. Dass wir von vornherein auch gemerkt haben, okay, wir haben viele Fälle durchgespielt und was wäre wenn und was brauchst du und wo bist du bei deinem anderen Arbeitgeber, weil da hatte sie ja schon einen Erfahrungswert. Ich wiederum jungfräulich, also war der Aufhänger immer, wo waren die Barrieren bei deinem vorherigen Arbeitgeber, was das betrifft. Und da war einfach ein ganz, ganz großer Schritt der Erleichterung. Christine ist ein Mensch, die möchte einfach super eigenständig sein. Und ich sage so, wie es ist, sie fällt hier nicht auf, dass es ein Handicap ist. Okay. Das stimmt. Das sagen die Patienten ja auch immer. Also ich sage denen, wenn ich einen neuen Patienten habe, sage ich denen das immer. Weil ich laufe jetzt ja nicht mit Stock durchs Gebäude oder so. Also ich laufe da halt völlig frei wie jeder andere auch. Und man sieht es dann mir ja so in dem Sinne nicht an. Also wenn jetzt jemand genau auf meine Augen guckt, dann es gibt Leute, die haben sowas schon mal gesehen, denen fällt das dann schon auf, weil ich einen Nystagnus habe. Also die Augen bewegen sich die ganze Zeit. Wenn jemand ein bisschen geschult ist, dann kommt der schon auf die Idee, okay, da könnte was sein. Aber dass ich dann so wenig sehe, wie ich tatsächlich sehe, da kommen die meisten Leute nicht drauf. Deswegen informiere ich die Patienten da immer drüber. Und dann sind die ganz oft sehr perplex irgendwie. Und manchmal wissen die auch nicht so, was die mit der Information anfangen sollen. Aber ich sage immer nur, ja, ich sage es lieber vorher. Sonst kommt es irgendwie zu Situationen, wo sie mir was zeigen. Ich habe hier und da und überhaupt. Und dann schmeißen sie mir am besten nur ihre Schuhe in den Weg. Und das wäre sehr unpraktisch für beide Seiten. Aber das könnte ja eigentlich, eigentlich müsste das ja eine Verbesserung deiner Therapie sein, bei der Compliance der Patienten. Die müssen ja viel besser beschreiben, was sie eigentlich haben. Und müssen das besser in Worte fassen. Könnte ich einfach sagen, ja, guck mal hier, da tut es weh oder sowas. Nee, und da bin ich sowieso, also ich arbeite ganz, ganz viel mit Körperwahrnehmung. Weil ich ja eben diesen visuellen Teil ziemlich, ja, logischerweise ausgeschaltet habe oder den auch in der Therapie eigentlich ziemlich ausschalte. Sondern ich möchte, dass die Patienten lernen, sich zu spüren. Und lernen auch, mit ihrem Körper umzugehen. Oder lernen da irgendwie, dass der Körper ihnen da vielleicht irgendwas mit sagt. Oder was kann ich an mir irgendwie verändern. Also es ist eigentlich ein Upgrade der herkömmlichen Physiotherapie, ne? Genau, weil die Leute müssen lernen, besser mit sich und ihrem Körper oder so im Einklang zu sein quasi. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch für den Patienten ganz gut. Und da habe ich schon ganz viel gutes Feedback bekommen, auch beim Übungen machen. Weil ich ja immer mit meinen Händen dann am Patienten bin, um die halt zu korrigieren. Um wahrzunehmen, okay, wie führt der gerade die Übung aus, die ich angeleitet habe. Und da hatte ich auch schon wirklich Patienten auch über längere Zeit, die dann gesagt haben, jetzt fühle ich mich viel sicherer auf, wenn ich die Sachen zu Hause mache, weil ich einen ganz anderen Ansatz habe. Irgendwie, du hast mich da mal hinbewegt, wo mein Körper hin soll. Ich habe das gespürt. Und die können dann mit so taktilen Reizen ganz anders irgendwie umgehen. Also das hat schon auch viele positive Effekte. Kannst du auch sowas anleiten wie KG-Gerät? Also macht ihr sowas? Ne, machen wir jetzt nicht. Gab es an meiner alten Stelle, habe ich aber nicht gemacht. Es gibt Leute, also auch Blinden und Sehbehinderte, die machen das total gerne. Ich bin lieber auf der Matte und auf dem Patsiball und Erics-Pet und so. Also Geräte ist nicht so ganz meine Welt. Okay, gut. Aber das ist ein persönliches Ding einfach. Da kann ich auch immer nur für mich sprechen. Also es gibt, also ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, geil, Reha-Sport, bin ich sofort dabei, eine Gruppe von 20 Leuten. Das, ich bin einfach auch sehr, sehr perfektionistisch. Ich möchte gerne für jeden Einzelnen da sein und jeden auch sehr vernünftig korrigieren. Und wenn man da so eine große Gruppe hat und die Zeit eben sehr begrenzt ist, dann ist das nicht so machbar, wie ich das gerne machen möchte. Und das stresst mich dann mehr, als dass ich da Spaß dran habe. Ich kenne aber auch Blinde, die das total gerne machen. Genau, das ist auch immer wieder sehr unterschiedlich. Jetzt haben wir festgestellt, die Patienten geben positives Feedback. Jetzt bin ich mal gespannt. Sonja, du hast ja noch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deiner Praxis. Wie haben die denn auf dich reagiert, als du gesagt hast, ey Leute, ich habe meine Blinde eingestellt? Ja, es war folgende Situation. Wir hatten das Vorstellungsgespräch. Ich habe gesagt, super, Christine und ich sind auf einem Nenner. Das klappt, das kriegen wir hin. Aber natürlich wussten wir ja noch nicht, wie wirklich der Alltag so aussieht. Christine hatte ihren Erfahrungswert. Wir hatten noch gar keinen Erfahrungswert, was das betrifft. Und naja, räumlich passte das soweit, aber es kam ja der Tagesablauf, der Alltag, wo jeder Therapeut seinen Plan voll hat und die stramme Taktung hat, wo jede Rezeptionskraft manchmal mit qualmenden Ohren vorne sitzt. Entschuldigung, welche Taktung habt ihr? 20 Minuten Taktung für die KG. Genau, und dann habe ich das so mitgeteilt, freudig in der Teamsitzung. Leute, wir haben endlich bald eine neue Mitarbeiterin, eine tolle neue Kollegin, die ist Physiotherapeutin und die ist erblindet. Okay. Natürlich haben die genauso gerattert wie alle, wie alle, wie ich selber auch. Und dann ging das natürlich los. Wir wollen der Frau ja nicht zu nahe treten, wir kennen sie ja noch gar nicht, aber wir wollen ja auch wohl helfen. Natürlich wollen wir helfen, aber wann sollen wir das denn noch schaffen? Die hatten alle Sorge, dass sie dem auch nicht gerecht werden können, weil man nicht wusste, was steht einem bevor. Wie viel Unterstützung ist notwendig? Und natürlich möchte man sowieso keinem Arbeitskollegen sagen, du, ich habe da keine Zeit für und ich möchte den jetzt gerade abwürgen. Also alle sind hier sehr Teamplayer-mäßig unterwegs, worum ich auch sehr stolz und glücklich bin. Aber wenn man dann noch eine Kollegin hat, die neu in der Praxis, im Team ist und ein Handicap hat, die dann noch abzuwürgen und alle Therapeuten und auch die Rezeptionskräfte haben alle ein Helfer-Syndrom, da kommen die natürlich mit ihrem Gewissen auch nicht zurecht. Und das war eine große, große Aufregung, was nachher sich alles beruhigt hat. Also wir hatten ja dann, wie gesagt, im Vorfeld vieles auch technisch geklärt und es lief auch von vornherein gut an, sehr gut an. Wir haben wirklich nur Kleinstkleinigkeiten, so nach drei Monaten gesagt, Mensch, das könnten wir noch wo anpassen, dies. Aber dadurch, dass sie auch wirklich so ein guter Selbstläufer ist, wir waren ja selber alle erstaunt, dass sie nach der Teamsitzung flitzt sie als erstes vor und geht durch den Flur und spürt, dass da Patienten sitzen und guckt in die Richtung und sagt, guten Morgen. Und die Patienten, die dann nach mir, nach der Teamsitzung in die Behandlung gehen, sagen, darf ich mal was fragen? Ja, ist das die erblindete Therapeutin gewesen, die da jetzt gerade so ganz normal durch den Flur gegangen ist? Die hat nur so ein bisschen an mir vorbeigeguckt. Das könnte die doch sein. Ja, genau das ist sie. Also es war viel Aufregung da, weil einfach diese Ungewissheit da war. Was kommt auf uns zu? Okay, lass uns mal kurz zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hingehen. Wenn man jemanden mit Einschränkungen anstellt, dann gibt es ja sowas wie Eingliederungszuschuss als Zuschuss zum Arbeitsgeld. Nimmst du sowas in Anspruch? Also das, was wir in Anspruch nehmen, das ist folgendes. Wir haben bei Christine die Taktung nicht in 20-Minuten-Taktung geplant, sondern in 30-Minuten-Taktung für die KG, so dass einfach etwas mehr Puffer da ist, weil ich den Fokus einfach auch, so wie Christine auch von ihrer Persönlichkeit ist, auf diese Eigenständigkeit umsetzen wollte. Und diese Fördermöglichkeit, die dann da ist, habe ich so umgesetzt, dass diese 10-Minuten-Puffer, die mal da sind, wäre ja letztendlich traurige Zeit, weil keine Einnahme in der Zeit da ist. Und das ist im Prinzip umgerechnet das, was ich als Ausgleich bekomme, so dass sie auch von ihrem Lohn gleichgestellt ist mit allen anderen Therapeuten, wobei der Umsatz dann dementsprechend ja nicht so hoch ist wie bei den anderen Therapeuten, weil sie die Taktung nicht so stramm hat. Ein Drittel weniger Umsatz, ganz schlecht und ergreifend. Genau. Die Alternative wäre halt gewesen, diese Drittel Umsatzeinbußen wieder hochzusetzen, zu sagen, Christine, du arbeitest auch um 20-Minuten-Takt und du hast immer in gewisser Art und Weise eine Assistenz neben dir, ob das jetzt die Azubine zu Kauf vom Gesundheitswesen ist oder eine Rezeptionskraft oder was auch immer oder einen wechselnden Praktikanten, der halt für dich die Dokumentation machen kann, der dir sagen kann, was auf dem Rezept steht und so weiter. Aber da war uns beiden gleich klar, auch von vornherein, wo wollen wir hin? Möchtest du eher die sein, wo auf der Stirn geschrieben steht, ich habe Handicap und habe hier meine Assistenz neben mir oder möchten wir versuchen, dass es so eigenständig wie möglich geht? Und so haben wir uns auf diese 30-Minuten-Taktung geeinigt, sodass sie da auch wirklich gut unterwegs ist. Und das nehmen wir als Fördergeld in Anspruch. Ja, und mehr nicht. Mehr brauchen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass für Christine das ganz gut ist. Was ist besser, Christine? Längere Behandlungstag oder Assistent? Ich habe ja beides gemacht. Ich habe ja beides gemacht. Ich bin an meiner alten Stelle auch mit 30 Minuten angefangen und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ach, ja, bei den Patienten, die ich schon kenne, können wir ja im 20-Minuten-Takt und so. Und dann ist es natürlich Kuddelmuddel gewesen und nachher war ich dann auch wie alle anderen im 20-Minuten-Takt und habe dann gedacht, ich bin so ein Mensch, ich will ja immer so sein wie alle anderen auch, so normal leben, wie es geht. Und habe dafür das auf mich genommen, im 20-Minuten-Takt zu arbeiten und dann auch eben den gleichen Umsatz reinzubringen. Und die Leute mussten ja zwangsläufig für mich dokumentieren und das ist unglaublich anstrengend. Es ist sowieso für einen Therapeuten sehr anstrengend, im 20-Minuten-Takt zu arbeiten. Aber wenn man dann das noch nicht mal selber in der Hand hat und nicht sagen kann, ach komm, die Dokumentation mache ich am Ende des Tages oder weiß ich nicht und steht da an der Rezeption, hat einen neuen Patienten bei meiner Rezeptionskraft stehen, aber gerade noch drei andere Patienten und sie ist noch am Telefonieren und kann mir gerade eigentlich gar nichts sagen, da habe ich auch direkt gesagt, das möchte ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, weil das ist nicht tragbar auf Dauer. Und ich glaube, dass deine Befindlichkeiten da gar nicht so weit weg sind von den Befindlichkeiten der Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, die finden den 20-Minuten-Takt bestimmt auch nicht so prickelnd. Ja, sicher. Das sagt er, ne? Wenn ihr jetzt mal das so Revue passieren lasst, wenn jetzt andere Praxen das hören und überlegen, gibt es noch mehr Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, die eine Sehbehinderung haben oder bist du ein Ausnahmefall, Christine? Nee, ich habe definitiv keinen Ausnahmefall, aber ich war jetzt gerade einmal überlegen, ob ich hier im Emsland jetzt noch jemanden kenne. Also es gibt öfter, glaube ich, in den Kliniken immer noch so ältere Masseure, sage ich mal, dass jetzt irgendwo jemand blind ist in der Praxis arbeitet. Das gab es hier in der Nähe auch schon mal. Und in Papenburg gibt es, glaube ich, auch noch einen Sehbehinderten-Therapeuten, der eine eigene Praxis hat. Also es gibt es schon häufiger. Wir haben Fachkräftemangel. Alle sind daran interessiert, jede Fachkraft, derer man habhaft werden kann, sofort einzustellen. Dann kann man ja auch aktiv auf Leute zugehen. Dann musst du nicht suchen, sondern dann bewerben sich die Praxischefinnen und Chefs bei dir. Das ist ja zurzeit so der Standard. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt nochmal starten würdet? War alles okay so? Ist das gut so, dass man sich so aneinander ranroppt und sagt, ey komm, wir nehmen das einfach, wie es kommt und gehen das ganz pragmatisch an? Oder wenn ihr jetzt zurückblickt, würdet ihr irgendwas anders machen? Also man kann das nicht von vornherein fertig planen. Man muss das ein bisschen auf sich zukommen lassen, weil man ja auch nun mal als Team arbeitet. Und wenn man das Team so noch nicht kennt oder sich gegenseitig nicht kennt, dann ist das ja normal, dass man sich erstmal einspielen muss. Man lernt sich kennen, wer arbeitet wie, wer ist wie schnell gestresst. Man muss ja irgendwie ein bisschen gucken, dass jeder jeden so nimmt, wie er dann halt ist oder dass man sich auch mal gegenseitig auffängt und so. Und dass man einfach offen kommuniziert halt. Also es war immer, wenn mir noch irgendwas gefehlt hat, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, ah okay, da könnten wir noch irgendwie das und das machen, dann habe ich das auch gesagt. Oder wenn Sonja noch was aufgefallen ist, hat sie das gesagt und die Rezeption genauso. Und alles, was wir vorbereiten konnten, haben wir vorbereitet. Also ich glaube, das haben wir schon ganz gut hingekriegt. Sonja? Also ich kann das nur bestätigen. Eingangs habe ich gleich gesagt, wir müssen ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Und das ist hier auch der Grundsatz im Alltag. Gerade, ja, wir sind alle nur Menschen und wir möchten natürlich, ich möchte Christine nicht auf den Schlips treten und ich möchte nicht zu plump sein. aber bei manchen Dingen, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Man muss von beiden Seiten, muss man offen und ehrlich sein und sagen, Mensch, vielleicht formuliere ich das jetzt gerade nicht vernünftig oder oder Christine denkt vielleicht, Mensch, das hätte Sonja sich doch denken können oder was auch immer. Man muss einfach, und das haben wir meiner Meinung nach auch getan, offen und ehrlich darüber kommunizieren und ganz klar auch dann auch gemeinsam das erarbeiten und das hat prima geklappt. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wenn ich bei dir arbeiten würde und sehen würde, dass Christine im Halbstundentakt arbeitet und ich sehe, dass sie auch echt gut damit klarkommt und für die Patienten das gut ist, dann würde ich ja irgendwann auf die Idee kommen, als Mitarbeiterin zu sagen, moah, Sonja, was hältst du davon, wenn wir alle mal im Dreistunentakt arbeiten? Also steht die Gefahr? Gab es schon mal eine Diskussion zu dem Thema? Ist auch ganz klar kommuniziert, dass das auch in Bezug auf Fördergeldern so ist. Ja, meine Antwort ist dann wirklich, naja, ich bin leider die, die auch immer den wirtschaftlichen Finger drauf halten kann. Ich zeige euch, wie euer Umsatz dann aussieht, wenn wir die Gehälter dementsprechend anpassen, ist das für jeden kein Problem. Muss ich leider so sagen. Also, ja, dafür sind die Fördergelder da. Und ein Umkehrschluss wäre, dass ich Christine sagen müsse, Christine, du kriegst ein paar Euro weniger die Stunde, weil du den Umsatz nicht so einbringen kannst wie ein anderer Therapeuten. Aber natürlich darf jeder im 30-Minuten-Tag bei mir arbeiten. Das ist nicht die Frage des Geldes. Es ist leider dann ja so. Ja, die Frage der Entscheidung, genau. Ach ja, das ist sozusagen ein ganz anderes Thema. Das war off-topic, sorry. Aber die Frage stellt man sich ja dann schon, wenn man das macht. Aber ich sehe, dass du sehr klar und deutlich sagst, was du meinst. Und das ist sicherlich eine perfekte Voraussetzung dafür. Dann sage ich, Christine, vielen Dank. Sonja, vielen Dank, dass ihr mal eure Türen aufgemacht habt und bereit wart, darüber zu erzählen, was ihr so erlebt habt. Ich glaube, das ist für alle spannend. Vielen Dank für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zugehört haben und die die Zeit genutzt haben, mal was ganz anderes kennenzulernen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Gleichfalls und vielen Dank. Das war UP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.